Okay, Serpi Royale, Solarstrahl! Ser... Serpi Royale! Jetzt Drachenrute! Ja, super! Jetzt setzt nochmal Nitro-Ladung ein, Verkokel! Verkokel! Klar doch, je öfter Sie Nitro-Ladung einsetzen, desto schneller wird Verkokel. Richtig, aber wird die Geschwindigkeit ausreichen, um mit Serpi Royale mitzuhalten? Okay, Verkokel, Serpi, los! Ser... Ser... Gut, jetzt Flammenwurf! Verkokel! Silberblick, Serpi Royale! Ser... Schnell, ausweichen! Drachenrute, Serpi Royale! Ser... Ser... Nitro-Ladung, los! Verkokel! Das ist schnell, mit dieser Attacke könnte es klappen. Ja, hoffentlich! Super, Verkokel, nichts wie ran! Verkokel! Serpi Royale! Serpi Royals Geschwindigkeit ist umwerfend, man kann ihm schon fast nicht mehr folgen. Serpi Royale ist zu schnell, keine Attacke kann ihm etwas anhaben. Komm schon, Verkokel, nicht nachlassen! Verkokel! Schnell, nochmal Nitro-Ladung! Verkokel! Gut, jetzt Silberblick! Serpi Royale! Los, weich aus! Serpi Royale Solarstrahl! Serpi Royale! Verkokel! Nein, Verkokel! Unglaublich! Verkokel ist es gelungen, Silberblick auszuweichen, hat dann aber einen schweren Treffer durch Solarstrahl abbekommen. Eine sehr beeindruckende Kombination. War's das etwa schon? Verkokel, ist alles okay mit dir? Ver... 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 Verkokel! Boah, nicht zu fassen, sowas nenn ich Entschlossenheit. Ja, es ist jetzt total motiviert. Verkokels Stil hat pikante Zutaten, deren Wirkung absolut nicht nachlässt. Verkokel! Verkokel! Okay, Verkokel, lass es uns zu Ende bringen! Verkokel! Beende es jetzt mit Feuersäulen. Zer-Kukel! Nicht zu fassen! Jetzt Pflanzenwirbel, los! Zer-Piruil! Kukel! Kukel!